bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, al-salat, al-salam, al-rasulillah, wa ra'alihi, wa sahbihi, ajma'ihi. Liebe Geschwister im Islam und herzlich willkommen alle Nicht-Muslime. Ich habe heute einen Artikel gelesen und das ist eine sehr traurige Geschichte, weil wir versuchen als Menschen uns natürlich auch immer in die Lage anderer hinein zu versetzen. Und das heißt, von Schlägerbande ins Koma getreten. Heute lassen die Ärzte Daniel S. 25 sterben. Das ist in der Bild-Zeitung, jetzt der Artikel, den ich lese, aber es wurde auch in verschiedenen anderen Zeitungen darüber geschrieben. 12.03.2013, Kirschweihe, Daniel S. 25, der von einer Schlägerbande am Bahnhof Kirschweihe ins Koma getreten wurde. Heute sollen die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet werden. Daniels Zwillingsbruder Christian, 25, zu Bild. Mama sitzt auf der Intensivstation an seinem Bett, bleibt bis zu seinem Tod bei ihm. Die Ärzte sagen, der Täter hat sein Gehirn völlig zerstört. Dabei wollte Daniel doch nur einen Streit schlichten. Ja, es ging wohl, am Wochenende gab es wohl eine Schlägerei. Es wurde in der Zeitung so geschildert, dass halt dieser Daniel mit einigen Freunden in einem Bus war und in den Bus mit einigen türkischen Mitbürgern Stress bekommen hat. Und die haben daraufhin wohl Verstärkung gerufen, die an der, so steht es in der Zeitung, die an der Haltestelle standen und dann ging es dort rund. Und er muss wohl mehrmals auf seinen Kopf eingetreten worden sein. Und wie gesagt, das Gehirn soll so zerstört sein, dass die Ärzte die Geräte abschalten wollen. Erstmal, es wird sicherlich der eine oder andere Frage. Hör mal, Pierre Vogel, was erzählst du uns hier einen von der Bild-Zeitung? Du weißt doch selber, wie oft gelogen wurde, wie oft Quatsch erzählt wurde und so weiter und so fort. Was man oft über euch gelogen hat. Ihr macht Vorträge gegen Terrorismus, ihr versucht die Jugend von der Straße zu holen. Gerade auch solche Leute, die halt kriminell sind und traurig Schlägertypen, Schlägerbanden etc. Wieso glaubst du denen jetzt, wo sie euch immer so schlecht gemacht haben? Erstmal, mir geht es nicht unbedingt um diesen Fall. Mir geht es um die allgemeine Lage. Und man kann einfach, es geht nicht um einen Daniel S. in erster Linie, sondern es geht um die Situation. Es geht in erster Linie um die Situation in Deutschland. Und kein Mensch kann verleugnen, dass solche Fälle, wir wissen nicht genau, was jetzt in diesem Fall passiert ist. Ja, wir wissen es nicht genau. Wir können es nur auf die Zeit stützen. Allerdings sind solche Fälle ganz klar und deutlich keine Einzelfälle. Ja, okay. Dass jemand stirbt, das könnte man vielleicht noch Einzelfall nennen. Aber was man definitiv nicht Einzelfall nennen kann, dann ist, dass nicht Muslime, Deutsche, ja, von irgendwelchen Schlägerbanden, die auch nicht unbedingt Muslime sein müssen, sondern die auch Aleviten sein können, die Jesiden sein können, die Atheisten sein können, die auch Christen sein können. Beispielsweise aus Russland gibt es auch viele Schlägerbanden etc. Aber Fakt ist ganz einfach, dass es sehr häufig vorkommt und das ist kein Geheimnis und das ist kein Einzelfall, was man, wie gesagt, eventuell als Einzelfall, was man eventuell als Einzelfall betrachten könnte, wäre, dass da jemand bei stirbt. Aber, selbst wenn nur einer bisher gestorben wäre, das wäre schon einer zu viel, weil das ist einfach nur asoziales Verhalten. Das muss man einfach sagen. Und jetzt wird es jemand sagen, ja, Pierre, du weißt doch gar nicht, was da passiert ist, du weißt doch gar nicht, was da passiert ist. Wie gesagt, ich rede nicht speziell über diesen Fall, aber ich bin nicht von Dummstdorf und ich habe schon genügend gesehen. Ich bin nicht wie ein Politiker, Sesselfuchzer, der irgendwo in seinem Hahnwald aufgewachsen ist, in der schönsten Gegend von Köln und nichts von der Außenwelt mitbekommen hat, sondern ich habe selber schon solche Erfahrungen gemacht und ich kann nur eins sagen, ich hatte schon so oft Schliegereien gehabt mit solchen Typen in der Vergangenheit und ich weiß noch ganz genau, früher, als wir Fußball gespielt haben, am Stadtrand von Köln, wenn wir da in bestimmte Gebiete gefahren sind, wie Bergheim, Quadrat Ischendorf oder Bergheim-Kenten oder Bergheim-Ahe, ja, dann hatte man den Baseball-Schläger mit dem Auto und das Tränengas, wenn man wusste, dass es da jedes Mal zur Sache ging kann. Wenn ich erzähle euch eine Geschichte, was mir passiert ist, als ich 16 war und da war ich, würde ich sagen, wirklich in Lebensgefahr gewesen, weil da hätte mir genau dasselbe passieren können, wie jetzt beispielsweise einem Daniel oder dieser Vietnamnese Johnny oder wie er hieß vor kurzem. Ja, ich bin damals als 16-Jähriger oder ich glaube, ich war sogar noch 15, da war ich damals 70 Kilo schwer gewesen. Ich bin gerade deutscher Vizemeister bei der Jugend geworden in Boxen. Da bin ich in eine Jugenddisco in Pullheim gegangen, das ist am Stadtrand von Köln. Mich haben einige Freunde mitgenommen und das war halt so, da gang und gäbe, dass ich einige Türken, und wie gesagt, ich sage jetzt Türken, es gibt sehr viele gute Türken in Deutschland, ja, weil man fühlt sich da immer auf dem Schlips getreten, aber man muss sich auch manchmal Kritik gefallen lassen. Ja, man muss sich auch manchmal Kritik gefallen lassen, man muss sich mal in die Lage der Mutter versetzen, die dort heute an diesem Bett sitzt, ja, und sieht, wie ihr Sohn für nichts stirbt. Ja, wenn das genauso stimmt, wie es dort ist, aber für nichts. Aber wie gesagt, wir gehen mal davon aus. Jedenfalls, was passiert ist, was ich nicht wusste, es war dort halt Gang und gäbe, dass halt an jedem Wortensende sich eine Türkenbande irgendeinen Strashling rausgesucht hat, irgendeinen Deutschen, der sich nicht wehren kann, und dann auf ihn draufgeschlagen haben. Ja, das habe ich aber erst im Namen erfahren, das wusste ich vorher nicht. Jedenfalls, was an diesem Wochenende passiert ist, man hat sich mich ausgesucht. Und ich bin dann dort auf dieser Tanzfläche damals gewesen, und ich war, wie gesagt, 15 oder, also ich müsste gerade 15 gewesen sein, oder gerade, ich müsste noch 15 gewesen sein, ich war noch keine 16, genau. Das war vor den Sommerferien, ja, im Jahre 1994. Und auf einmal schubst mich jemand, den ich, ein Türke, den ich circa 20 schätze, der also wesentlich älter war als ich, schubst mich einfach weg. Ja, ich weiß nicht genau genau, was er gesagt hat, auf jeden Fall habe ich ihm dann gesagt, was soll das denn hier und so, ja, weil ich war so erzogen, dass ich mir halt solche Sachen, das ging gegen meine Ehre jetzt einfach nicht zu sagen und sozusagen einen auf ängstlich zu machen. Ich habe gesagt, was willst du denn? Was soll das? Was schubst du mich hier einfach weg, so auf diese Art, ne? Auf jeden Fall kam es mir vor, als wenn, obwohl er wesentlich größer und älter war als ich, dass er irgendwie geschockt war, dass ich halt mir das nicht gefallen lassen habe. Was dann passiert ist, circa fünf Minuten später, steht ein anderer Türke vor mir mit Schnurrbart und sagt zu mir, ey, was machst du meinem Bruder so blöd an? Steht vor mir, habe ich zu mir gesagt, wie ist dein Bruder so blöd an? Dein Bruder schubst mich hier dumm rum und du erzählst mir hier, ich soll deinen Bruder nicht blöd anmachen. In dem Moment nimmt er seine Hande so an die Seite und sagt, ey, was redest du so scheiße mit mir? Ja, so sagt er, ne? Dann habe ich beziehungsweise gesagt, ja, wie, was redest du mich hier überhaupt so an? Ihr macht mich blöd an und dann tut er so, als wenn ich derjenige gewesen wäre, ich habe keinen geschubst auf diese Art und Weise. Und dann kam es so zu diesem Flackerlicht, Flackerlicht, wo man alles sozusagen in Zeitlupe sieht. und in diesem Moment hat er, hey, und haut ganz, haut drauf, ja, in diesem Moment will er mir eine geben, ja, und ich habe den Kopf noch so halb weggezogen, habe ihm sofort eine rechte Gerade voll auf die Zwiebel gehauen, ja. Er schoss, aus Reaktion raus, und er schoss dann quer durch die Disco und ich bin dann hinter ihm her mit Aufwärtshaken, ja, und ich habe ihn dann, und dann in diesem Moment hat man mich, ist man mit, weiß ich nicht, wie viele Leute, wie viele Türken über mich hergefallen. Ja, also bestimmt 20, 30 Mann über mich hergefallen. Ich habe diesen, diesen Typen, dem ich die Rechte gerade auf die Zwiebel gehauen habe, ich habe ihn runter, ja, diesen Assi, ich habe ihn runtergezogen, also, weil ich bin runtergezogen und habe ihn dann an den Beinen gepackt und lag dann auf ihm drauf. Vielleicht war das mein Glück gewesen, als ich mich runtergezogen habe, jedenfalls hat man dann versucht, von allen Seiten auf mich zu schlagen. Und ich habe das Glück gehabt, dass die sich alle gegenseitig im Weg standen und dass ich auf diesem Typen drauf lag. Ja, so, was auf jeden Fall passiert ist, mein Hemd wurde zogen, ich hatte einige Beulen im Hinterkopf, dann kamen die Türsteine, die Aufpasser dazwischen, haben das auseinandergenommen und dann hat man mich, dann hat man sich draußen gesammelt, bestimmt mit 40 Mann, ja, für einen 15-Jährigen. Ja, da waren Leute bei, ich hatte natürlich Angst gehabt, logischerweise, da waren Leute bei, die bestimmt 20 Jahre alt waren, ja, und ich war 15 zu diesem Zeitpunkt. So jedenfalls hat man mich dann hochgehoben, die Türsteher, diesen Typen auch, der hatte ein blaues Auge gehabt, das wird er wahrscheinlich sein Leben lang nicht mehr vergessen und das hat er auch verdient. Jedenfalls hat man mich dann rausgeführt, alle Türen stehen um mich herum in einem Kreis, hat man mich in ein Auto reingebracht und dann sind diese Typen nochmal mit dem Auto hinter mir her gefahren. Ja, im Endeffekt, was passiert ist, ich habe dann auch versucht, wollte dann ein paar Freunde und so zusammentrammeln von mir und danach, die Woche wurde dann wohl, wie wir gehört haben, diese Party abgesagt, die eigentlich einmal am Wochenende stattgefunden hat. Dann kam es zu den Sommerferien und dann bin ich im selben Jahr nach Berlin gezogen. Was ich damit sagen will, es hätte damals locker passieren können, dass irgendein Spinner ein Messer zieht und wegen nichts das Messer in den Rücken jagt oder dass man mir auch auf dem Kopf rumtritt, wie diesen Daniel 25, der jetzt wahrscheinlich sterben muss. So und deswegen, man kann mir nichts erzählen. Ich kenne solche Situationen und ich habe solche Situationen nicht nur einmal erlebt. Das war einmal, wo ich das wirklich am eigenen Leib miterfahren habe und viel Glück gehabt habe, dass die mit 20 oder was weiß ich, wie viele Leute, mehr abbekommen haben als ich, weil ich habe praktisch gar nichts abgenommen, außer wie gesagt die Beule, dass mein Hemd zerrissen war. Hallo? Er sah halt sehr geküsst aus, wie vom Pferd getreten. Ja, aber das war Alhamdulillah. Es gibt hier Halbstarke gibt, die durch die Gegend zielen und sich irgendwelche Opfer raussuchen und denen, die dann versuchen, zusammenzuschlagen. Und das ist das, was dem Islam in Deutschland am meisten schadet. Dieses asoziale Verhalten. Ja, ja. Sollte man sagen, ja, mit diesem Dahl, der hat ja angefangen, hin und her und kohlen und kohlen. Erstmal, selbst wenn es in diesem Fall so gewesen wäre, ich weiß ganz genau, dass es in den meisten Fällen nicht so ist, weil die Deutschen oder viele Deutsche gar nicht auf solche Sachen vorbereitet sind und da viel zu viel Angst haben, sich mit Leuten anzulegen, die in kurzer Zeit mehr erziehen und sich und irgendwelche Leute zusammenfassen. Dann wird man nicht, was ist denn im Ostdeutschland, da gibt es doch Rechtsradikale, hin und her, kreuz und quer. Ja, alles klar, das sind auch Verbrecher, das ist ganz klar, gar keine Frage. Aber das eine, das eine macht das andere nicht legitim. Von daher brauchen wir gar nicht so blöd zu reden. Die Frage, die sich für uns stellen muss als Muslime und insbesondere als Prediger und hiermit spreche ich alle Prediger in Deutschland an. Ich rede nicht die ganzen Möchtegern-Verbände an, die sich nur die Taschen vollstopfen und gerne eine große Moschee bauen, wo sie danach gefeiert werden, sondern ich rede von den Predigern, die zu Allah rufen. Wir müssen versuchen, das Problem zu erkennen und als nächstes zu schauen, was ist die Ursache des Problems. Und als nächstes müssen wir schauen, wie können wir dieses Problem beseitigen. Denn das ist erstens eine Tat, die, da braucht man gar nicht drüber zu reden, da braucht man nicht viel drüber zu diskutieren, die abscheulich ist, die ekelhaft ist. Das ist ganz klar, es wird vielleicht nicht sein, Käfe, Käfe, ja, das ist die andere Frage. Aber hier, wir sind in einer Situation, das sind ja keine Leute gewesen, die waren betrunken gewesen. Wer weiß überhaupt, ob die Muslime sind, die waren betrunken gewesen. Das hat ja nichts mit Verteidigung der Religion oder so zu tun, irgendeinen unschuldigen Menschen auf die Fresse zu hauern, auf gut Deutsch, der auf dem Weg zu einer Party, zurück von einer Party ist, ist einfach nur ekelhaft. Ganz klar und deutlich. Und wir müssen uns überlegen, was können wir dagegen tun? Wie können wir dieses Problem beseitigen? Das ist für uns ganz wichtig, weil wir können nicht auf andere Leute warten, wir können nicht auf DITIB oder Milligerisch warten, die stehen nur auf, wenn irgendjemand aus ihren eigenen Reihen irgendwie, wenn dann Brand im Haus gewesen ist, was auch ganz schlimm ist, dann stehen die auf. Aber die stehen nicht auf bei solchen Sachen, die dem Islam viel mehr schaden, nämlich, wenn irgendwelche Türken einem Johnny K. oder einem Daniel S. den Schädel eintreten, da stehen sie nicht auf. Dann interessiert sie auch nicht die Bohne, so sieht es zumindest aus, denn sie haben diese Jugend vernachlässigt und sie sind mit an dieser Entwicklung schuld, weil es einfach keine Ansprechpartner gibt. Wir müssen Streetworker, wir müssen Leute haben, die diese Leute ansprechen. Es kann nicht sein, dass 5% der Jugendlichen hier in Deutschland überhaupt das Gebet verröschen, dass irgendwelche Jugendlichen, die sich Muslime nennen, besoffen durch die Straßen ziehen, irgendwelche unschuldigen Opfer suchen. Wir müssen Gedanken machen, wie wir diese Situation verändern können. Und deswegen sage ich das zu allen Predigern. Und natürlich wird wieder der ein oder andere kommen und wird sagen, ja, hör mal, da kannst du da sowieso nichts dran verändern. Erstmal, ich sehe das anders. Man kann eine ganze Menge ändern. Und wir wissen auch selber ganz genau, wie viele Leute durch unsere Dauer von solchen Wegen wieder zurückgekommen sind. Jetzt müssen wir erst mal fragen, woher kommt dieses ganze Affentheater? Ich konnte sehr viel darüber erzählen, weil ich auch wirklich mit vielen jugendlichen Ausländern aufgewachsen bin. Ich bin damals in einer Siedlung aufgewachsen, wo, oder gegenüber von einer Siedlung, wo fast nur Marokkaner und Türken gelebt haben. Ich habe viele Freunde gehabt aus Tunesien, aus der Türkei, aus Marokko, die später auch ins Gefängnis gekommen sind. Einer, den ich wohl von früher kannte, ja, also der, das wurde zumindest gesagt, der ist vor kurzem auch erschossen worden in Bergheim, ja, von einem Türken, also ein Marokkaner, ein Tunesier wurde von einem Türken dort erschossen. Auf jeden Fall, wir haben diese ganze Situation gesehen und die Frage ist, warum sind diese Leute so? Es wird natürlich der Islamhasser kommen und wird sagen, ja, das liegt am Islam. Das liegt am Islam. Ist ja klar. Weil das sind ja Muslime. Erstmal, wir wissen nicht, ob das Muslime sind, aber was wir definitiv wissen, ist, dass sie nicht viel mit der Religion zu tun haben, wenn es so stimmt wie in der Zeitung. Denn, wenn es so stimmt wie in der Zeitung, da waren sie angetrunken und das ist definitiv nicht vom Islam und da waren sie gerade in der Disco und das ist definitiv nicht vom Islam und da haben sie wahrscheinlich auch noch eine Freundin und Drogen und etc. Und die Haarfrisur von dem Übeltäter, den wir gesehen haben, hat es auch übrigens im Islam nicht erlaubt. So, von daher, das sind Leute, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Punkt. Was ist die, jetzt muss man sich die Frage stellen, hat man irgendwann mal gehört, hat irgendwann mal gehört, dass Salafisten, die sogenannten Salafisten, die angeblichen Anhänger von Pierre Vogel, auf irgendwelche unschuligen Leute da draufgegangen sind, 20 Mann auf dem Boden auf die draufgetreten haben und den Schädel eingetreten haben, ohne dass die angefangen haben. Man hat sowas gehört, was allerdings nicht der Realität entspricht, sondern was eine Lüge ist. Es gab zum Beispiel diese Situation mit Abu Erdem in München-Gladbach, wo der, der, derjenige, wo Abu Erdem angeklagt wurde, wo allerdings der Ankläger später ins Gericht reinkam und hat selber zugegeben, dass er angefangen hat mit dem ganzen Affentheater. Wenn man dann natürlich auf die Nase kriegt, da kann man auch nichts dran ändern. Ja, also Selbstverteidigung ist selbstverständlich im Islam erlaubt, gar keine Frage. Was könnten wir dagegen tun, liebe Geschwister im Islam? Was ich gesehen habe, ist bei vielen dieser Leute, ist, dass sie einfach keine Perspektive haben und sich oft, und das wird sich jetzt sov anhören, für Nicht-Insider, dass man sich so eine Art Vorbild genommen hat an diesen ganzen fiktiven Geschichten aus Nordamerika. In Nordamerika, die Schwarzen, die Ghetto-Schwarzen sind eine Minderheit. Ja, dann schaut man sich die Filme an und ich weiß das noch gut, damals ein Freund mit mir, ein Türke, ja, der war immer dran, Blood in, Blood out, Bokus Locus forever und so weiter. Ja, damals war ja dieser Film ganz in, Blood in, Blood out. Und kurze Zeit später ist er mit Kokain erwischt worden und ging jahrelang ins Gefängnis. ich sehe ganz klar, man versucht, viele versuchen sich zu identifizieren, das ist bei sehr, man wird das sehen, das ist bei sehr vielen dieser Schläger der Fall. Sie identifizieren sich mit diesem, und das hat übrigens auch Dezo Dog gesagt, Ex-Di Dog, Abu Talha, viele versuchen sich mit diesem Leben zu identifizieren. Sie sagen, wie sind Außenseiter hier, sie identifizieren sich dann mit den Außenseiten im Ghetto von Amerika, deswegen nennen sie dann auch ihre Straße Ghetto und das ist unsere Straße und sie benutzen dieselben Terminologien, dieselben Fachbegriffe, ja, sie hören dieselbe Musik, obwohl diese Musik eigentlich nichts mit Türkei oder nichts mit Marokko oder nichts mit Albanien und so weiter zu tun hat und nehmen sich ein Beispiel daran, wollen auf einmal will jeder einen auf Haft machen. Das heißt, das Problem liegt hier, Leute kommen in die Schule, sind nichts, schaffen es nicht, ja, und dann sucht man sich Anerkennung in einem anderen Bereich und der ist die Gewalt und wenn es einmal erstmal der Punkt ist, wo man Anerkennung bekommt, wo es heißt, ey, das ist der C-Hahn, ey, der hat es voll drauf, ey, der ist voll der brutale Typ, ey, und die Frauen stehen drauf, das ist einer hin und her, dann ist das wie eine Sucht, von der schwer wegzukommen ist. Das ist etwas, was man im Körper liebt, das ist etwas, was man im Herz liebt, dass man ja der Schlägertyp ist und glaubt es mir, ey, wenn man sich mit diesen Leuten, man braucht nicht mit irgendwelchen Streetworkers, ich komme aus dieser Abteilung heraus, ich kenne die Leute, genau das ist der Punkt, dass man sich mit Dingen identifiziert, aus Nordamerika beispielsweise, natürlich ist das keine Ausrede für die, das ist keine Ausrede für so eine abscheuliche Tat, und natürlich, es tut mir auch wirklich leid für die Mutter, ich versuche mich rein menschlich in die Situation von ihr zu versetzen, wenn man sich vorstellt, man sitzt an einem Bett vom Sohn, man muss sich einfach mal da rein versetzen, rein menschlich, das sind vielleicht Leute, die haben auch noch nie was vom Islam gehört, jetzt haben sie gehört, irgendwelche Stinger-Muslime, Disco-Muslime, die haben ihren Sohn platt getrampelt, ja, und sie sitzt da am, muss ich mal vorstellen, jetzt sagt auf einmal der Art, ja, wir müssen die Geräte, lebensalten Geräte abschalten, es hat keinen Sinn mehr, das Gehirn ist völlig zerstört, er wird für immer tot sein, Punkt. Da muss ich mal in die Lage reinversetzen, ja, das heißt, was wir machen müssen, Bruder, wir müssen eine Alternative geben, eine Alternative zum Coolsein, durch Leute platt treten, und das ist, was ist die Alternative? Islam. Dass du ein Teil von einer großen Bewegung bist, die versucht, den Islam auf beste Art und Weise zu zeigen, so wie wir das schon die ganze Zeit machen, und so wie wir das die ganze Zeit gemacht haben, wir haben nichts mit irgendwie solchen Gewalttaten zu tun, das sind bei uns definitiv alles Lügen von den Medien, oder wirklich, wo mal jemand ausgeflippt ist, auf jeden Fall nicht in diesem Zusammenhang, ja, da muss man, aber diese Ehrlichkeit fehlt natürlich unseren Feinden sowieso, ich erwähne das, wie gesagt, nur am Rande, weil, bei denen kannst du, die werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du den Tannenbaum in der Moschee aufgestellt hast, und dann werden die sagen, das hat er nur gemacht, aus Taqir, ja, wie gesagt, wir müssen uns Gedanken machen, liebe Geschwister, es wird immer nötiger, wir müssen eine Alternative finden, wir müssen, im Gegensatz zu den anderen Verbänden, gezielt auf die Jugend zu gehen, was Hens hier nicht lernt, lehrt Hans, nehmen wir mal her, das sind Tausende, natürlich, das wird dem deutschen Staat nicht gefallen, weil dem deutschen Staat sind Übeltäter, Intensivstraftäter, Schlägertypen, tausendmal lieber, als jemand, der mit Bartosch die Gegend rennt, mit seiner Frau mit in der Karp, und der sich friedlich verhält, und niemandem wehtut, und niemandem etwas antut, viel lieber, weil sie hier direkt wieder den Spleen kriegen, hier wirkt, weil sie Opfer ihrer eigenen Gehirnwäsche geworden sind, dann geht bald die Bombe hoch, hätten sie uns arbeiten lassen, hätten sie uns in Ruhe gelassen, hätten sie uns mal, unsere, in Deutschland, ja, warum reden sie nicht gegen Terrorismus, man braucht nur mal Terrorismus, Pia Vogel einziehen, das ist doch, das war man gar nicht hören will, aber hier ist etwas Schönes, man muss immer zwischen den Zeilen lesen, man muss immer zwischen den Zeilen lesen, wenn einem einer was vom Pferd erzählt, diese Frau sagt, sie haben eine Verantwortung, warum reden sie nicht mit der Jugend, wenn ich aber dieser Frau etwas sage, und sie weiß, dass die Jugend diese Zeitung liest, was erzählt sie dann, Pia Vogel ist für Terrorismus, beziehungsweise sagt das nicht so klar, sondern sie vermittelt das durch die Blume, was verstehen wir darunter, sie weiß, Pia Vogel hat Einfluss auf Jugendliche, und sie sagt zu Pia Vogel, geh doch mal gegen Terrorismus, weil du hast so Einfluss auf Jugendliche, damit die Jugend keinen Terroranschlag macht, so auf, jetzt ganz banal ausgedrückt, sie schreibt aber dann, sie schreibt dann oder er schreibt aber dann, seinen Artikel oder ihren Artikel so, dass es so aussieht, als wenn wir Terrorismus unterstützen würden, was verstehen wir darunter? Da verstehen wir darunter, dass die Medien das gar nicht so schlimm fällen, sondern dass die sogar die Jugend davon überzeugen wollen, dass wir für Terrorismus sein, damit die sich für Terrorismus begeistern, und dann beispielsweise irgendwas in die Luft jagen, irgendwie Schule, U-Bahn, Flugzeug etc. etc. Jedenfalls, liebe Schwester im Islam, was ganz klar ist, natürlich könnte jetzt auch jemand sagen, ja es gibt viele Probleme auf der Welt, aber Hamza, warum redest du nicht über die? Ja, die Antwort ist ganz einfach, es gibt sehr viele Probleme, ich kann nicht über alle Probleme reden, aber das soll mich nicht daran hindern, über Probleme zu reden, mit denen ich mich auskenne. Und das ist definitiv ein Problem, was uns angeht, was vor der Türe steht, und wo ich denke, wo wir echt effektiv, produktiv etwas einbringen können und verändern können. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben bei dieser Aufgabe, und ich sage euch, besorgt euch die DVDs. Viele DVDs, viele Vorträge von uns haben schon Jugendliche, die völlig auf der schiefen Bahn waren, die Alkohol getrunken haben, die Drogen genommen etc., haben sie auf einen ganz anderen Weg gebracht, auf einen reinen Weg, einen Weg fernab von, von Kriminalität etc. Ja. Was ich auch noch sagen wollte, für die Türken, türkischen Mitbürger und Schwestern, das soll keine pauschale Kritik an den Türken sein. Oder ich will nicht sagen, die Türken sind die Schlechtesten oder irgendetwas. Ja, sondern das soll eine Kritik sein, weil ich bin ein Teil von euch und ihr seid ein Teil von mir. Wir sind diejenigen, die den Islam repräsentieren. Und man muss einfach, man muss einfach manchmal in den Spiegel gucken, man muss sich eingestehen, dass was hier passiert, und nicht nur unter Türken, sondern leider unter vielen Menschen, die sich dem Islam zuschreiben, die sich Muslime nennen oder Muslime schimpfen, dass die Situation katastrophal ist. Und da gibt es noch eine Lösung, aufzuräumen, anzufangen, anzupacken, zu helfen, die Situation zu verbessern, sodass die Gefängnisse nicht mehr voll sind mit Intensivstraftätern aus türkischen oder arabischen Familien. Ja, ja, es gibt auch Deutsche. Aber die Relation ist erschreckend hoch im negativen Sinne für diejenigen, die aus den Muslimenländern kommen. Deswegen möge Allah die Situation der Muslimen in Deutschland verbessern und möge er die Jugend zu leuchtenden Beispielen für den Islam machen. Macht weiter mit dem Koran-Projekt. Seid friedlich und versucht, den Islam auf die schönste Art und Weise zu vermitteln. Wie gesagt, wir haben das Street Tower-Projekt. Alhamdulillah, es sind jetzt schon tausende DVDs rausgekommen und es geht weiter. Es geht weiter, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der Menschen in Deutschland für die Wahrheit öffnen. Und möge Allah die Muslimen in Deutschland zur Wahrheit führen, zum wahren Islam führen und sie zu leuchtenden Beispielen für den Islam machen. Ich sage diese Worte, alles, was richtig war, war von Allah. Alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele oder vom Satan. Ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Verzeiht mir, wenn ich irgendetwas falsch ausgedrückt habe. Ich danke euch. Ich jazakum allahu khairan. Subhanak allahumma wabihamdik. Ich shall wallah ilah iland. Astaghfiru katubh alayk.